Ihr wisst, was das ist. Das liegt hier massenweise in der Gegend herum. Wir befinden uns nämlich auf der Trasse der einstigen Bahnstrecke zwischen Oberwart und Oberschützen. Vor einem Jahr hat es hier ganz anders ausgesehen, als die Gleise noch da lagen, wild überwuchert von Gräsern, Sträuchern, Bäumen. Und so schaut es heute aus, erinnert ein bisschen an eine Autobahn, wenn auch für Fahrräder gedacht. Jedenfalls wollte ich diese Strecke noch einmal abgehen, bevor sie eliminiert wird. Und dann auch die Strecke zwischen Oberwart und Rechnitz. Aber je weiter ich mich durch die Eisenbahn-Botanik gekämpft habe, umso drangsalierender sind gewisse Erinnerungen auf mich zugeflogen. Erinnerungen an Erlebnisse und Ereignisse, die mein Leben durchaus nachhaltig geprägt haben. Aber begonnen hat es im Grunde eh schon am Bahnhof in Oberwart, meinem Ausgangspunkt. Und dorthin gehe ich jetzt zurück, denn dort lasse ich den Film beginnen. Respektive im Stadtpark, nur ein paar Schritte von ihm entfernt. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020